Wir hoffen natürlich auf nicht allzu viel Regen. Wir werden gespannt sein, ob von oben was kommt. Hauptsache es passiert etwas auf dem Platz. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Um neu aufzubauen, geht die Schussgelegenheit. Ganz knapp am Tor vorbei. Ja, und vor damit. So eben gerade noch dazwischengefunkt. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ja, gar keine Frage, das war faul. Also Freistoß. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Auf die Meteorologen ist verlassen. Es fängt an zu regnen. Wiedmach. Er versucht das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Einfach mal lang nach vorne. Nicht mit Gewalt, lieber den Nebenmann mitnehmen. Der Ball wird länger und länger. Gut, jetzt müssen Sie den Raum nutzen. Das ist mal eine Balleroberung. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Anbrennen lässt der hier nix. Der Reingabe in den 16er. Es geht über die rechte Seite. Der Theater geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Um neu aufzubauen. Die Schussgelegenheit. Ganz knapp am Tor vorbei. Ja, und vor damit. So eben gerade noch dazwischen gefunkt. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ja, gar keine Frage. Das war faul. Also Freistoß. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Auf die Meteorologen ist verlassen. Es fängt an zu regnen. Wiedmach. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Einfach mal lang nach vorn. Nicht mit Gewalt. Lieber den Nebenmann mitnehmen. Der Ball wird länger und länger. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Das ist mal eine Balleroberung. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Anbrennen lässt der hier nix. Der Reingabe in den 16er. Es geht über die rechte Seite. Die Theater geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Um neu aufzubauen, geht die Schussgelegenheit. Ganz knapp am Tor vorbei. Ja, und vor damit. Soeben gerade noch dazwischengefunkt. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ja, gar keine Frage. Das war faul. Also Freistoß. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Auf die Meteorologen ist verlassen. Es fängt an zu regnen. Wiedmer. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Einfach mal lang nach vorn. Nicht mit Gewalt, lieber den Nebenmann mitnehmen. Der Ball wird länger und länger. Gut. Jetzt müssen Sie den Raum nutzen. Das ist mal eine Balleroberung. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Das ist nicht mehr. Vielen Dank.